Hallo und herzlich willkommen zu einer eventuellen letzten Folge von South Park, der Stab der Wahrheit. Wir werden jetzt den Verrat an Prinzessin Kenny rückgängig machen. Auf geht's. Oh, von Shop. Ist das Kleid? Wenn ja, dann... Gut, Gesundheitsdrang. Gesundheitsdrang groß. Heiltrank würde ich gerne noch mitnehmen. Und Wiederbelebung. Na komm. So. Tempotank nehme ich auch mit. So. Ja, dann hätten wir alles. Auf geht's. Na komm, rein da. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Gib uns den Stich, Prinzessin Kenny. Du willst nicht so wie das gehen. Prinzessin Kenny. Ihr seht nie so wie ihr wisst. Wie ein kleineser Junge. Ja, derived wir uns den Stich, Prinzessin Kenny. Oh, mein Gott. Hast du noch so wie das? Ich habe es ja so nie. Hier geht's. Fähigkeiten, Prinzessin Klaus, äh, Prinzessin Klaus, das sag ich auch schon. Oh, das war so ein Song. Let's see how you like feeling with me! Jawoll, Buttershammer. Den hatte ich noch nicht. Alter, wie blöd ist denn das? Ich muss irgendwie gerade an Sailor Moon denken. Oh, Klamm. Soooo, Tempotrank, nutzen wir den mal. Okay. Noch einmal. Machtrank. Machtrank groß. Oh, Klamm. Nein, Quatsch. Fähigkeiten, Professor Klaus. Let's see how you like feeling with me! Klaus Kneil, jawoll. Oh, Klamm. Oh, Klamm. Woh, 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 woh! Na, was? Das bringt erst die Penny. Erstmal will ich heilen. I got your back, yo! So, dann... Das ist zu früh! Alter! Gegenstände... Gesundheitstank... So... Yes! Oh, thank god! Moment... Leave it alone! Ugh! I got your clue! Das schaffst du nicht, Prinzessin Kenny! Sorry, Kenny! Hey! Komm! Hauen wir nicht auf den Leben! We usually win! It's all over, Prinzessin Kenny! Douchebag is too powerful for you! What's she doing? No, Kenny, don't drink that! Oh nein! Ja, war klar. Use your rainbow attack, Princess Guineas! Alter, das darf doch nicht wahr sein. Erstmal ein Tempotank. Und noch einmal. Nein, 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 nein. Professor Chaos bei euch. Jawohl, was haben wir denn da? Ah, schau. Hat nicht wirklich viel was gebracht. Ah, Alter. Oh, damn! Gesundheitstrahlen. Groß. Huh? Do you not know that death is a servant of chaos? Verdammt! Das war zu spät, das war zu spät! Nein! Wieder Beliebungsdrang. Verdammt, zugenäht. Oh, was ärgerend ist gerade. Boah, was ärgerend ist gerade. Scheiße! Unde! Outsch! Use your rainbow attack, Princess Guineas! Oh, ich nehme wieder ein Tempotank. Was passiert, wenn ich den trinke? Okay. So. Gesundheitsrank klein. Unde! Oh! Oh, nein. Ah, Alter! Oh, nein! Oh, nein, nein, nein! Oh, nein. Oh, nein. Ich will ihn nicht gewinnen. Die Todesfälle kommt für dich, Dragonborn! Du wirst besser für ein Miracum! Oh, Hörger! Ha, 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 ha! Före Prinzessin, Kiddy! Du wirst nicht wissen, dass Todesfälle von Chaos ist? Wie kann es das sein? Wir stehen zusammen gegen die Schmerzen! Oh, diese Chaos-Energie macht mich ein bisschen los. Okay. Use your Rainbow-Attack, Prinzessin Kiddy! Terrible. Jetzt sehe ich mal, was er kann. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Was kann der jetzt? Was? Ein Starf? Das war alles? Was? Hör sie mit dem Zombie-Vomit! Alter. Noch einmal. Ich probiere es jetzt noch einmal. Irgendwie hat er sich geholfen. Ja, trink deine Glüh, Prinzessin Kiddy! Du bist invincible! Oh nein, du nicht! Du bist invincible! Ahaha! Unruh! Ein glücklicher Schritt, aber nichts. Prinzessin Kiddy hat noch viele Tricks auf ihren Puppiesleven. Ah, ich verstehe. Wir kämpfen einmal mit Edem. Das ist sehr cool. Gesundheit, das ist klein. Okay, auf geht's. Power Accord So, Fähigkeiten Brauner Ton, Schlafmeet, Liedes Buffs Schleich noch wie die Kumpel schlafen A Stoenberry, hallo, she didn't talk much, but boy did she swallow, boy did she swallow, I had a nice lance that she set, set up her, the maiden from Stoneberry who is also your mom, wow, what a terrific audience, perfect, yeah boy, yes believe it, Hit them with the zombie vomit! They are so big. Let's go. No, where are you going with Princess Kitty's rats, Samuel? I am Stan Marshwalker, brother of wolves and bachelors. I better catch my breath. Oh, I have was ahead of my friends. Okay. Stürm in the Bulle. Geschafft. Oh my god, you killed Kenny! Yeah, that... Oh, no way, he's back. No, he's back. Why is he back? Okay, again. Let's go. Let's go. She looks more dead than she was before. I kill her again. Use your rainbow attack, Princess Kitty. You hit like my grandpa. Todesmarkierung. Attack! Jason! Okay, was hat das denn für eine Fähigkeit? Weg des Schwertes, damit er in der Action einhaut und greift den Pfeil mit einer Vielzahl Kniebe an. Achtelievo! Scheiße! Hit them with the Zombie Vomit! Auch! Boah, Tempo-Tank. Tempo-Tank? Das war jetzt aber ein starker Angriff. Gesundheitstank los. Hoiaaa! Scheiße! Ich glaube, die Todesdrehen macht ihr zufällig! Keep killing her! Prinzessin Kinnig! Komme auf deinen schönen Nazi-Unikorn! generations zufällig! Was ist der Sinn? Ach, Frau-Tank! Achtel! Shit, I guess I'm the only hope. Alright, it's you and me now, douchebag. For the fate of humanity. Alright, dickhole. Time for you to pay. Oh, God. Das wird echt spannend. Auf geht's. Wow. Use your rainbow attack, Princess Ginny. Das Ganze, den magische Rakete. Er ist ein Minimun. Fähigkeiten, Flammenschlag. Ah. Drücke schnell wie Asti. Come on, new kid, finish her off. Asch, Stank! Spass it, come back! Shut up! Shit! Christian! Sandy, V-Forstin! Bullcrap! Black! Fuck that! God damn it! Ah, so geklappt. Cool. Hit them with the zombie vomit! Boah, halt auf, Alter. Das ist nochmal so ein Tempo-Trank. Und die helfen mir wirklich sehr gut. So. Gesundheitstrank. Groß. Er ist immer zwei Bissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Tumbo attack, Prinzessin Guinea! Ja, das schaffe ich schon. Okay, wirklich, das muss ich jetzt gucken. Weißt du, da nehme ich einen Gesundheitsdrang. Weißt du, da nehme ich einen Gesundheitsdrang. Weißt du, da nehme ich einen Gesundheitsdrang zurück. Was ist denn mit dem Gesundheitsdrang? Weißt du, da brauche ich einen Gesundheitsdrang, sorry. Oh Gott. Äh, verstorbener Klinscher, Furzgranate. Äh... Okay. Ich... Ich habe es geschafft. Auf Anhieb. Ich ergebe mich. What? We're back to normal. Wir geben... Ich habe es geschafft. Cool. We're... We're cured. We're all better now, Daddy. That's right, son. The Dragonborn must have farted on a princess's balls. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ja. Das war der letzte Male Club für den President. Sornspark Mall. You guys sure about this? There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. So, was wollen Sie jetzt spielen? Wie wollen Sie Dinosaur-Hunters? Oder Pharoahs und Mummies? Lass uns einen Douchbag fragen. Was wollen Sie jetzt spielen, Mann? Scheiße, Sie alle. Ich gehe nach Hause. Wow, was ein Scheiß. South Park, das Take of Truth. Und offenbar sehen wir jetzt hier ein typisches South Park Ending. Und ich bedanke mich natürlich auch fürs Zusehen von South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, ich bin mal schon gespannt, was uns das nächste Spiel von South Park erwartet. Was jetzt im November rausrum, glaube ich. Nämlich die rektakuläre Zerrechtsprobe. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Und ich muss, glaube ich, nichts mehr weiter sagen. South Park geklagt, weiß ich. Was alles schon vorgekommen ist, die ganzen Sachen aus der TV-Serie. Ja, aber ich habe immer noch nicht herausgefunden, welche TV-Serie nach diesem Spiel ist. Das weiß ich immer noch nicht so genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen, denn ich weiß, diese Ending sind sehr schnell vorbei. Und ich muss sagen, ich freue mich schon auf das nächste Spiel. Bis dann. Ciao! K ребis. K! K! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020